hallo leute willkommen zu einem neuen video erst mal an alle danken die gestern im stream waren guck mal das ist schon übelst krasser typ der hampelt so rum schall hä der hampelt rum schallwellen nein was macht ihr denn das bewegung nein was denn sport übung hä hampelmann hampelmann ne mann hampel hampelmann ist es denn mann hampel warum hä mann hampel der willst du dich ficken ich habe es überhaupt nicht erwartet dass so viele leute reinkam ich hatte ab und zu acht zuschauer und das ist schon sehr sehr viel ich meine ich war drei monate inaktiv komplett inaktiv keine videos und sehr wenig streams und wenn dann waren sie sowieso ja nicht angekündigt oder sonst was das heißt es war schon richtig heftig vom heute also gestern meine ich war es auch so lenni kam einfach rein und sagte boah lass mal stream und ich dachte so ja okay können wir machen und dann hatte ich einfach so viel glück das ist echt heftig also ich habe auch gestern 13 abonnenten gemacht das ist wirklich richtig viel für einen tag und das ist so lange so lange inaktiv war und anscheinend dachten irgendwie leute das wäre so also lenni wäre ein großer youtuber wir meinen die wahrscheinlich dem mit 65.000 abonnenten und sehr gut war halt nicht so aber trotzdem viele geblieben was mich sehr gefreut hat und auf jeden fall würde ich euch sagen wie es jetzt weitergeht das ist ziemlich krass und wirklich 130 aufrufe auf dem stream mit acht zuschauern 30 abonnenten in einem tag ist schon richtig geil und ich würde sagen meine ideen jetzt für die nächsten videos sind jetzt so kleine krebs spiele erst mal also wirklich so krebs spiel dass man sich mit ragen und so finde ich immer richtig lustig und generell mal also ich will nicht die ganze fordert machen fordert kommt auch wenn ihr das wirklich wollt kann ich mal so zwischendurch machen coole videos schreibt einfach einfach mal in die kommentare und stimmt oben mal ab in der infocard und sagt einfach mal was ihr wollt damit würde ich sagen bald geht es wieder aktiv los und ich hoffe ihr seid im nächsten video dabei bis zum nächsten video